Ich bin Romy Lienhardt aus der Schweiz und ich bin durch eine Kollegin hierher gekommen, weil sie so geschwärmt hat und als ich dann das erste Mal hier war, ich war sehr erstaunt über diese schöne Klinik, über euch, so schöne netten Leute und freundlich und ich war sehr beeindruckt. Ich fühle mich sehr betreut, ich finde fachlich das alles sehr, sehr gut und gute Erklärung, wie gesagt, und die Behandlungen auch von den Ärzten, die netten Assistentinnen, ich bin ja eher eine Angstpatientin, man hat mir so gut geschaut, man hat mich immer aufgeklärt, begleitet, wieder mal angefasst und ich durfte wünschen, mal Pausen gemacht. Ich habe sogar die Angst vor dem Zahnarzt fast verloren und ich bin gekommen mit einem Lächeln, weil ich habe mich gefreut, euch wieder zu sehen und diese fachliche Betreuung, ich war so sicher und war alles so gut. Ja, es war super, ich bin immer noch begeistert.